Die deutsche Wirtschaft schwächelt und die Bundesregierung verfolgt derzeit keinen einheitlichen Kurs, wie die Konjunktur wieder anspringen kann. Bei zwei konkurrierenden Treffen in Berlin beraten Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner mit Wirtschaftsvertretern über mögliche Wege aus der Krise. Bei dem Treffen auf Einladung der FDP nimmt Lindner einen klaren Auftrag von Vertretern des deutschen Mittelstandes mit. Die Ampelkoalition müsse jetzt für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen und bürokratische Hürden entfernen. Wir müssen jetzt nach dem politischen Schaulauf ins Handeln kommen und es muss geliefert werden, denn Regierungsverantwortung heißt aus unserer Sicht auch Regierungsverpflichtung. Was wir brauchen ist von der Kette gelassen zu werden. Wir brauchen eine Entbürokratisierung, wir brauchen Zuverlässigkeit in der politischen Orientierung, in der Gesetzgebung. Und das hat alles nicht Zeit bis nächstes Jahr, bis zu irgendeiner neuen Wahl. Das ist in Deutschland wie ein großer Rucksack, den man mit sich rumschlagen muss. Und mit diesem Rucksack sollen wir einen Marathonlauf gegen die vielen internationalen Konkurrenten gewinnen. FDP-Chef Lindner fordert selbst rasche Entscheidungen der Ampel gegen die Wirtschaftsschwäche. In Kürze werde er sich dazu wieder mit Kanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an einen Tisch setzen. Von einem Ende der Koalition, wie es die Opposition fordert, will der Finanzminister nichts wissen. Es gibt auch so etwas wie eine Regierungsverpflichtung und für Deutschland ist es allemal besser, wenn eine Regierung eine gemeinsame Richtung findet, sie beschreibt und umsetzt. Später am Tag trifft der Kanzlervertreter der Industrie zu einem vertraulichen Gespräch. Die Ampel-Koalition wird rasch Schlüsse aus den beiden Treffen ziehen müssen. Später – Späterส